Der kluge Richter von Johann Peter Hebel Dass nicht alles so uneben sei, was im Morgenlande geschieht, das haben wir schon einmal gehört. Auch folgende Begebenheit soll sich da selbst zugetragen haben. Ein reicher Mann hatte eine beträchtliche Geldsumme, welche in ein Tuch eingenäht war, aus Unvorsichtigkeit verloren. Er machte daher seinen Verlust bekannt und bot, wie man zu tun pflegt, dem ehrlichen Finder eine Belohnung, und zwar von hundert Talern an. Da kam bald ein guter und ehrlicher Mann dahergegangen. Dein Geld habe ich gefunden, dies wird's wohl sein, so nimm dein Eigentum zurück. So sprach er mit dem heiteren Blick eines ehrlichen Mannes und eines guten Gewissens, und das war schön. Der andere machte auch ein fröhliches Gesicht, aber nur, weil er sein verloren geschätztes Geld wieder hatte. Denn wie es um seine Ehrlichkeit aussah, das wird sich bald zeigen. Er zählte das Geld und dachte unterdessen geschwinde nach, wie er den treuen Finder um seine versprochene Belohnung bringen könnte. Guter Freund, sprach er hierauf. Es waren eigentlich achthundert Taler in dem Tuch eingenäht, ich finde aber nur noch siebenhundert Taler. Ihr werdet also wohl eine Naht aufgetrennt und eure hundert Taler Belohnung schon herausgenommen haben. Da habt ihr wohl daran getan. Ich danke euch. Das war nicht schön. Aber wir sind auch noch nicht am Ende. Der ehrliche Finder, dem es weniger um die hundert Taler als um seine unbescholtene Rechtschaffenheit zu tun war, versicherte, dass er das Päcklein so gefunden habe, wie er es bringe, und es so bringe, wie er es gefunden habe. Am Ende kamen sie vor den Richter. Beide bestunden auch hier noch auf ihre Behauptung, der eine, dass achthundert Taler seien eingenäht gewesen, der andere, dass er von dem Gefundenen nichts genommen und das Päcklein nicht versehrt habe. Da war guter Rat teuer. Aber der kluge Richter, der die Ehrlichkeit des einen und die schlechte Gesinnung des anderen zum Voraus zu kennen schien, griff die Sache so an. Er ließ sich von beiden über das, was sie aussagten, eine feste und feierliche Versicherung gehen und tat hierauf folgenden Ausspruch. Demnach, und wenn der eine von euch achthundert Taler verloren, der andere aber nur ein Päckchen mit siebenhundert Talern gefunden hat, so kann auch das Geld des Letzteren nicht das Nämliche sein, auf welches der Erstere ein Recht hat. Du, ehrlicher Freund, nimm also das Geld, welches du gefunden hast, wieder zurück und behältst es in guter Verwahrung, bis der kommt, welcher nur siebenhundert Taler verloren hat. Und dir da weiß ich keinen Rat, als dass du geduldest dich, bis derjenige sich meldet, der deine achthundert Taler findet. So sprach der Richter und dabei blieb es. So sprach der Richter und dabei blieb es.